Herzlich willkommen zum Thema starke und schwache Elektrolyte. Da wir dieses Thema im Rahmen der Säure- und Vase-Diskussion abhandeln, bedeutet das, dass wir uns hier bei den Elektrolyten im Grunde auf Säuren beschränken wollen. Also wir wollen die Frage beantworten, wie es dazu kommen kann, dass verschiedene Säuren verschiedene Säurestärke besitzen. Also, dass verschiedene Säuren gleicher Konzentration trotzdem unterschiedliche pH-Werte hervorrufen. Als kleines Beispiel nochmal schauen wir uns dieses an. Wir haben zwei verschiedene Gefäße. Eins ist gefüllt mit Salzsäure, HCl. Diese Salzsäure hat eine Konzentration von 1 Mol je Liter. Und in dieser Lösung werden wir einen pH-Wert von 0 messen. Wir haben ein weiteres Gefäß gefüllt mit Essigsäure, CH3COOH. Und auch die hat eine Konzentration von 1 Mol je Liter. Und wir werden in dieser Lösung einen pH-Wert von etwa 2,4 messen. Also, wir haben zwei verschiedene Säuren mit gleicher Konzentration, jeweils 1 Mol je Liter. Und trotzdem messen wir unterschiedliche pH-Werte. Wir wollen uns in diesem Video mal anschauen, woran das liegt. Und betrachten dazu als erstes mal die Gleichung oder die Dissoziation der Säure. Also, was passiert mit der Säure, wenn wir sie in Wasser geben? Wir haben eine ganz allgemeine Säure HA, bestehend aus einem Proton und einem beliebigen Anion A. Diese Säure wird in Wasser gegeben und es wird sich ein Gleichgewicht einstellen. Es kommt zur Ausbildung von Oxonium-Ionen H3O+, und natürlich von negativ geladenen Anionen A-. Der pH-Wert dieser Lösung ist letztendlich aus der Konzentration dieser Oxonium-Ionen hier berechenbar. Und ja, das läuft noch dieser Gleichung ab. Also nochmal zur Wiederholung. pH-Wert ist gleich negativer, die kardische Logarithmus der Oxonium-Ionen-Konzentration. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.